Hallo, ich bin Laura und willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir ein 10-minütiges Oberkörper-Workout, also für die Arme hier, damit ihr schön große Muckis habt. Und zwar 40 Sekunden immer für Fitness, Vollpower und dann nach 20 Sekunden erkläre ich euch die Übung. Und dieses Mal braucht ihr entweder zwei Wasserflaschen oder wenn ihr auch zu Hause habt, ein Teraband. Aber ja, ihr könnt natürlich auch beides haben und das Mal beides probieren. Und dann braucht ihr noch einen Stuhl. Okay, dann fangen wir schon mit der ersten Übung an. Nämlich, wir strecken hier unsere Arme aus und kreisen hier nach vorne und spannen natürlich die Arme richtig krass an. Drei, zwei, eins und los geht's! Drei, zwei, eins und jetzt wechseln wir nach hinten. Drei, zwei, eins und jetzt nehmen wir das Teraband. Und zwar ziehen wir hier immer runter und so sieht das von hinten so aus. Oder ihr könnt natürlich auch zwei Wasserflaschen nehmen oder Gewichte und es dann hier so runter machen. Drei, zwei, eins und los geht's! 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 Puh, ich spüre jetzt hier schon richtig meine Arme und jetzt gehen wir hier mit dem Wasserflaschen vor und zur Seite. Und versucht also, probiert nicht, dass eure Ellenbogen hier unten sind. Also hoch und zur Seite, hoch und zur Seite. Okay. Drei, zwei, eins und los geht's! Drei, zwei, eins und los geht's! 3, 2, 1, okay, jetzt ziehen wir hier die Wasserflaschen nach oben und natürlich könnt ihr das auch mit der Teraband machen, nämlich ihr tut es hier unten hin machen, das Teraband, und danach tut ihr das hier so hochziehen, okay. 3, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. 3, 2, 1, okay, jetzt rufen wir hier umgefallen, und zwar jetzt gehen wir hier in die Knie gerade rufen, und jetzt wirken wir hier hoch mit den Händen und gucken nach unten. Und der Knie muss natürlich gerade sein, okay, und los geht's. Chw. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und das natürlich mit Vollpower! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das schaffen wir mit Fitnessvollpower! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nämlich gehen wir hier immer hoch und dann strecken wir, hoch und strecken wir Und das ist, also ihr könnt natürlich euch auch so abstützen und das ist gut für den Bizeps Und nehmt ihr natürlich nicht so einen schweren Stuhl, weil sonst könnt ihr ihn am Ende nicht halten und fallt um Und dann geht's auf! Und dann geht's auf! Und nach ein paar Wochen habt ihr schon richtig krasse Muckis, nämlich wenn ihr das jede Woche macht Und ja, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat Und dann machen wir mal mit diesem Video weiter Tschüss!